Ich suche online nach ein Haus, weil ich umziehen will. Ich habe den Eimer mit Wasser gefüllt. Das ist die Firma, in der ich arbeite. Das sind die besten Automechatroniker in der Stadt. Ich trinke gerne Tee am Abend nach einem langen Tag. Ich trinke gerne Tee am Abend nach einem langen Tag. Das Glas auf dem Tisch ist voll. Das Glas auf dem Tisch ist voll. Das Haus steht am Ende der Straße. Das Haus steht am Ende der Straße. Ich lese gerne Bücher am Abend vor dem Schlafen. Ich lese gerne Bücher am Abend vor dem Schlafen. Ich trinke eine Cola, die sehr stark sprudelt. Ich trinke eine Cola, die sehr stark sprudelt. Der Baum im Park ist riesig. Der Apfelbaum im Garten trägt dieses Jahr besonders viele Früchte. Der Apfelbaum im Garten trägt dieses Jahr besonders viele Früchte. Der Zug fährt pünktlich um 8 Uhr. Der Zug fährt pünktlich um 8 Uhr. Ich gehe heute früh ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe heute früh ins Bett, weil ich müde bin. Der Stuhl im Esszimmer ist stabil. Der Stuhl im Esszimmer ist stabil. Ich koche heute ein leckeres Gericht. Der Kaffee schmeckt heute besonders stark und weckt mich gut auf. Der Kaffee schmeckt heute besonders stark und weckt mich gut auf. Die Straße ist am Morgen leer, aber am Mittag sehr voll. Die Straße ist am Morgen leer, aber am Mittag sehr voll. Der Sessel im Wohnzimmer ist bequem. Ich nehme alles auf, um es meinem Mann zu zeigen, weil er gerade nicht in Deutschland ist. Ich habe zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Ich habe zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Ich habe zwei Haustiere, einen 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 Katze. dass meine Mutter für mich kocht. Ich genieße abends gerne eine Tasse Tee im Wohnzimmer. Ich kenne meine Mutter nicht, für mich habe ich nur meinen Vater. Wir unterhalten uns über die Schulnoten. Ich liebe fast Food, aber es ist sehr ungesund. Ich liebe fast Food, aber es ist sehr ungesund. Das ist das Restaurant, von dem ich dir erzählt habe. Wollen wir dort mal essen gehen? Wollen wir dort mal essen gehen? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wann hast du Zeit? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wann hast du Zeit? Ich komme abends oft hierher, um am Handy zu spielen und einen Kaffee zu trinken. Ich kann einfach alles online bestellen und es wird direkt zu mir nach Hause geliefert. Alle Parkplätze sind voller Autos. Alle Parkplätze sind voller Autos. Ich war heute shoppen und habe mir sehr viele Sachen gekauft. Ich habe letztes Jahr im Lotto gewonnen. Deswegen habe ich mir ein neues Haus gekauft. Ich habe letztes Jahr im Lotto gewonnen. Deswegen habe ich mir ein neues Haus gekauft. Mir geht es heute nicht gut. Mir geht es heute nicht gut. So sieht mein Auto nach dem Unfall aus. Aber ich habe mir das Bein gebrochen. So sieht mein Auto nach dem Unfall aus. Aber ich habe mir das Bein gebrochen. Wenn mir ein Lied gefällt, höre ich es jeden Tag. Wenn mir ein Lied gefällt, höre ich es jeden Tag. Ich lese gerne Zeitschriften, aber ich mag es nicht, Zeitungen zu lesen. Ich zahle oft mit Coupons. Ich zahle lieber mit Karte als Bar, weil das einfacher ist. Ich zahle bar, weil ich keine Karte habe. Ich zahle bar, weil ich keine Karte habe. Marshmallows über dem Lagerfeuer zu rösten gehört einfach zum Camping dazu. Marshmallows über dem Lagerfeuer zu rösten gehört einfach zum Camping dazu. Mir macht Klettern an der Wand sehr viel Spaß. Mir macht Klettern an der Wand sehr viel Spaß. Wir müssen den König beschützen. Wir müssen den König beschützen. Wir müssen den König beschützen. In meiner Serie geht es um einen Piraten, der Piratenkönig werden will. Ich lege mir immer eine Wasserflasche nachts neben das Bett. Ich lege mir immer eine Wasserflasche nachts neben das Bett. Das ist die Universität, in die ich gehen werde. Ich bin die Schulspräucherin dieser Schule. Ich bin ein Klimaaktivist, weil ich unsere Erde verbessern will. Wir drehen einen Film in der Wüste. Ich habe einen Vertrag mit der berühmten Firma K&U. Ich habe einen Vertrag mit der berühmten Firma K&U. Das ist das größte Gebäude, das es auf der Erde gibt. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Mein Bruder spielt sehr gerne Videospiele. Mein Bruder spielt sehr gerne Videospiele. Das ist jetzt mein neues Büro. Das ist jetzt mein neues Büro. Ich möchte eine Tüte Tomaten kaufen. Ich möchte eine Tüte Tomaten kaufen. Ich brauche Milch für unser Frühstück. Ich brauche Milch für unser Frühstück. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Ich mache einen Flugzeug aus Papier. Ich mache einen Flugzeug aus Papier. Er fühlte sich besser als zuvor. Er fühlte sich besser als zuvor. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Ich bin müde von der Arbeit. Ich bin müde von der Arbeit. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Weil ich die Farbe des Himmels mag. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Weil ich die Farbe des Himmels mag. Wir fahren in den Urlaub. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe. Ich nehme die Box im Keller. Ich nehme die Box im Keller. Ich nehme den Schmutz vom Boden auf. Mein Bruder liest ein Buch. Mein Bruder liest ein Buch. Ich esse gerne in der Küche. Ich esse gerne in der Küche. Wir grillen im Garten. Wir grillen im Garten. Ich trinke einen frischen Orangensaft. Ich trinke einen frischen Orangensaft. Mein Schlafzimmer ist mein Lieblingsplatz im Haus. Mein Schlafzimmer ist mein Lieblingsplatz im Haus. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich bin in der Küche. Der Arzt untersucht mich. Der Arzt untersucht mich. Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken. Wir wiederholen noch einmal. Ich suche online nach ein Haus, weil ich umziehen will. Ich habe den Eimer mit Wasser gefüllt. Ich habe den Eimer mit Wasser gefüllt. Das ist die Firma, in der ich arbeite. Das sind die besten Automechatroniker in der Stadt. Ich trinke gerne Tee am Abend nach einem langen Tag. Ich trinke gerne Tee am Abend nach einem langen Tag. Das Glas auf dem Tisch ist voll. Das Glas auf dem Tisch ist voll. Das Haus steht am Ende der Straße. Ich lese gerne Bücher am Abend vor dem Schlafen. Ich lese gerne Bücher am Abend vor dem Schlafen. Ich trinke eine Cola, die sehr stark sprudelt. Ich trinke eine Cola, die sehr stark sprudelt. Der Baum im Park ist riesig. Der Baum im Park ist riesig. Der Apfelbaum trägt dieses Jahr besonders viele Früchte. Der Apfelbaum im Garten trägt dieses Jahr besonders viele Früchte. Der Zug fährt pünktlich um acht. Der Zug fährt pünktlich um acht. Ich gehe heute früh ins Bett, weil ich müde bin. Der Stuhl im Esszimmer ist stabil. Der Stuhl im Esszimmer ist stabil. Ich koche heute ein leckeres Gericht. Der Kaffee schmeckt heute besonders stark und weckt mich gut auf. Der Kaffee schmeckt heute besonders stark und weckt mich gut auf. Die Straße ist am Morgen leer, aber am Mittag sehr voll. Der Sessel im Wohnzimmer ist bequem. Der Sessel im Wohnzimmer ist bequem. Ich nehme alles auf, um es meinem Mann zu zeigen, weil er gerade nicht in Deutschland ist. Ich habe zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Ich habe zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Ich habe zwei Haustiere, einen tiefen Piepen haben. Ich habe zwei Haustiere, einen Kind bearden und eine Katze. Ich habeoof Ich liebe das Essen, das meine Mutter für mich kocht. Ich genieße abends gerne eine Tasse Tee im Wohnzimmer. Ich kenne meine Mutter nicht, für mich habe ich nur meinen Vater. Wir unterhalten uns über die Schulnoten. Wir unterhalten uns über die Schulnoten. Ich liebe Fast Food, aber es ist sehr ungesund. Ich liebe Fast Food, aber es ist sehr ungesund. Das ist das Restaurant, von dem ich dir erzählt habe. Wollen wir dort mal essen gehen? Wollen wir dort mal essen gehen? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wann hast du Zeit? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wann hast du Zeit? Ich komme abends oft hierher, um am Handy zu spielen und einen Kaffee zu trinken. Ich kann einfach alles online bestellen und es wird direkt zu mir nach Hause geliefert. Alle Parkplätze sind voller Autos. Alle Parkplätze sind voller Autos. Ich war heute shoppen und habe mir sehr viele Sachen gekauft. Ich habe letztes Jahr im Lotto gewonnen. Deswegen habe ich mir ein neues Haus gekauft. Ich habe letztes Jahr im Lotto gewonnen. Deswegen habe ich mir ein neues Haus gekauft. mir geht es heute nicht gut. Mir geht es heute nicht gut. So sieht mein Auto nach dem Unfall aus. Aber ich habe mir das Bein gebrochen. Wenn mir ein Lied gefällt, höre ich es jeden Tag. Wenn mir ein Lied gefällt, höre ich es jeden Tag. Ich lese gerne Zeitschriften, aber ich mag es nicht, Zeitungen zu lesen. Ich zahle oft mit Coupons. Ich zahle lieber mit Karte als Bar, weil das einfacher ist. Ich zahle lieber mit Karte als Bar, weil ich keine Karte habe. Ich zahle bar, weil ich keine Karte habe. Marshmallows über dem Lagerfeuer zu rösten gehört einfach zum Camping dazu. Marshmallows über dem Lagerfeuer zu rösten gehört einfach zum Camping dazu. Mir macht Klettern an der Wand sehr viel Spaß. Mir macht Klettern an der Wand sehr viel Spaß. Wir müssen den König beschützen. Wir müssen den König beschützen. In meiner Serie geht es um einen Piraten, der Piratenkönig werden will. In meiner Serie geht es um einen Piraten, der Piratenkönig werden will. Ich lege mir immer eine Wasserflasche nachts neben das Bett. Ich lege mir immer eine Wasserflasche nachts neben das Bett. Das ist die Universität, in die ich gehen werde. Ich bin die Schulspräucherin dieser Schule. Ich bin ein Klimaaktivist, weil ich unsere Erde verbessern will. Ich bin ein Klimaaktivist, weil ich unsere Erde verbessern will. Wir drehen einen Film in der Wüste. Wir drehen einen Film in der Wüste. Ich habe einen Vertrag mit der berühmten Firma K&U. Ich habe einen Vertrag mit der berühmten Firma K&U. Das ist das größte Gebäude, das es auf der Erde gibt. Das ist das größte Gebäude, das es auf der Erde gibt. Mein Bruder spielt sehr gerne Videospiele. Mein Bruder spielt sehr gerne Videospiele. Das ist jetzt mein neues Büro. Das ist jetzt mein neues Büro. Ich möchte eine Tüte Tomaten kaufen. Ich möchte eine Tüte Tomaten kaufen. Ich brauche Milch für unser Frühstück. Ich brauche Milch für unser Frühstück. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Ich mache einen Flugzeug aus Papier. Ich mache einen Flugzeug aus Papier. Ich fühle mich besser als zuvor. Ich fühle mich besser als zuvor. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Ich bin müde von der Arbeit. Meine Lieblingsfarbe ist blau, weil ich die Farbe des Himmels mag. Meine Lieblingsfarbe ist blau, weil ich die Farbe des Himmels mag. Wir fahren in den Urlaub. Wir fahren in den Urlaub. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe. Ich nehme die Box im Keller. Ich nehme die Box im Keller. Ich nehme den Schmutz vom Boden auf. Mein Bruder liest ein Buch. Mein Bruder liest ein Buch. Ich esse gerne in der Küche. Wir grillen im Garten. Wir grillen im Garten. Ich trinke einen frischen Orangensaft. Mein Schlafzimmer ist mein Lieblingsplatz im Haus. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich bin in der Küche. Der Arzt untersucht mich. Der Arzt untersucht mich. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken! Ich suche online nach ein Haus, weil ich umziehen will. Ich habe den Eimer mit Wasser gefüllt. Ich habe den Eimer mit Wasser gefüllt. Das ist die Firma, in der ich arbeite. Das sind die besten Automechatroniker in der Stadt. Ich trinke gerne Tee am Abend nach einem langen Tag. Ich trinke gerne Tee am Abend nach einem langen Tag. Das Glas auf dem Tisch ist voll. Das Glas auf dem Tisch ist voll. Das Haus steht am Ende der Straße. Ich lese gerne Bücher am Abend vor dem Schlafen. Ich lese gerne Bücher am Abend vor dem Schlafen. Ich trinke eine Cola, die sehr stark sprudelt. Ich trinke eine Cola, die sehr stark sprudelt. Der Baum im Park ist riesig. Der Baum im Park ist riesig. Der Apfelbaum trägt dieses Jahr besonders viele Früchte. Der Apfelbaum im Garten trägt dieses Jahr besonders viele Früchte. Der Zug fährt pünktlich um acht. Der Zug fährt pünktlich um acht. Ich gehe heute früh ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe heute früh ins Bett, weil ich müde bin. Der Stuhl im Esszimmer ist stabil. Der Stuhl im Esszimmer ist stabil. Ich koche heute ein leckeres Gericht. Der Kaffee schmeckt heute besonders stark und weckt mich gut auf. Der Kaffee schmeckt heute besonders stark und weckt mich gut auf. Die Straße ist am Morgen leer, aber am Mittag sehr voll. Die Straße ist am Morgen leer, aber am Mittag sehr voll. Der Sessel im Wohnzimmer ist bequem. Der Sessel im Wohnzimmer ist bequem. Ich nehme alles auf, um es meinem Mann zu zeigen, weil er gerade nicht in Deutschland ist. Ich habe zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Ich habe zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Ich habe zwei Haustiere. Ich liebe das Essen, das meine Mutter für mich kocht. Ich genieße abends gerne eine Tasse Tee im Wohnzimmer. Ich kenne meine Mutter nicht, für mich habe ich nur meinen Vater. Wir unterhalten uns über die Schulnoten. Wir unterhalten uns über die Schulnoten. Ich liebe Fast Food, aber es ist sehr ungesund. Das ist das Restaurant, von dem ich dir erzählt habe. Wollen wir dort mal essen gehen? Wollen wir dort mal essen gehen? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wann hast du Zeit? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wann hast du Zeit? Ich komme abends oft hierher, um am Handy zu spielen und einen Kaffee zu trinken. Ich kann einfach alles online bestellen und es wird direkt zu mir nach Hause geliefert. Alle Parkplätze sind voller Autos. Alle Parkplätze sind voller Autos. Ich war heute shoppen und habe mir sehr viele Sachen gekauft. Ich habe letztes Jahr im Lotto gewonnen. Deswegen habe ich mir ein neues Haus gekauft. Ich habe letztes Jahr im Lotto gewonnen. Deswegen habe ich mir ein neues Haus gekauft. Mir geht es heute nicht gut. Mir geht es heute nicht gut. So sieht mein Auto nach dem Unfall aus. Aber ich habe mir das Bein gebrochen. So sieht mein Auto nach dem Unfall aus. Wenn mir ein Lied gefällt, höre ich es jeden Tag. Wenn mir ein Lied gefällt, höre ich es jeden Tag. Ich lese gerne Zeitschriften, aber ich mag es nicht, Zeitungen zu lesen. Ich zahle oft mit Coupons. Ich zahle lieber mit Coupons. Ich zahle lieber mit Coupons als bar, weil das einfacher ist. Ich zahle bar, weil ich keine Coupons habe. Ich zahle bar, weil ich keine Coupons habe. Marshmallows über dem Lagerfeuer zu rösten gehört einfach zum Camping dazu. Marshmallows über dem Lagerfeuer zu rösten gehört einfach zum Camping dazu. Mir macht Klettern an der Wand sehr viel Spaß. Mir macht Klettern an der Wand sehr viel Spaß. Wir müssen den König beschützen. Wir müssen den König beschützen. In meiner Serie geht es um einen Piraten, der Piratenkönig werden will. In meiner Serie geht es um einen Piraten, der Piratenkönig werden will. Ich lege mir immer eine Wasserflasche nachts neben das Bett. Das ist die Universität, in die ich gehen werde. Ich bin die Schulspräucherin dieser Schule. Ich bin die Schulspräucherin dieser Schule. Ich bin ein Klimaaktivist, weil ich unsere Erde verbessern will. Ich bin ein Klimaaktivist, weil ich unsere Erde verbessern will. Wir drehen einen Film in der Wüste. Wir drehen einen Film in der Wüste. Ich habe einen Vertrag mit der berühmten Firma K&U. Ich habe einen Vertrag mit der berühmten Firma K&U. Das ist das größte Gebäude, das es auf der Erde gibt. Das ist das größte Gebäude, das es auf der Erde gibt. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Mein Bruder spielt sehr gerne Videospiele. Mein Bruder spielt sehr gerne Videospiele. Das ist jetzt mein neues Büro. Das ist jetzt mein neues Büro. Ich möchte eine Tüte Tomaten kaufen. Ich möchte eine Tüte Tomaten kaufen. Ich brauche Milch für unser Frühstück. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Ich räume mein Zimmer jeden Tag auf. Ich mache ein Flugzeug aus Papier. Ich mache ein Flugzeug aus Papier. Er fühlte sich besser als zuvor. Er fühlte sich besser als zuvor. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Ich bin müde von der Arbeit. Ich bin müde von der Arbeit. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Weil ich die Farbe des Himmels mag. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Weil ich die Farbe des Himmels mag. Wir fahren in den Urlaub. Wir fahren in den Urlaub. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe. Ich nehme die Box im Keller. Ich nehme den Schmutz vom Boden auf. Ich nehme den Schmutz vom Boden auf. Mein Bruder liest ein Buch. Mein Bruder liest ein Buch. Mein Bruder liest ein Buch. Ich esse gerne in der Küche. Ich esse gerne in der Küche. Wir grillen im Garten. Wir grillen im Garten. Ich trinke einen frischen Orangensaft. Ich trinke einen frischen Orangensaft. Mein Schlafzimmer ist mein Lieblingsplatz im Haus. Mein Schlafzimmer ist mein Lieblingsplatz im Haus. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich gehe in die Küche. Der Arzt untersucht mich. Der Arzt untersucht mich. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Bitteschön. Bitteschön. Wirklichkeit. Gettet ihr Deutsch-Lern-Videos. Gut, dass ihr Lernen!